Eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus, oder? Ein Mikrofon, was über Kopf hängt, hat irgendwie was. Irgendwie sieht das professionell und doch ein bisschen cool aus, oder? In meinem Fall hat es allerdings keinen wirklich relevanten technischen Hintergrund. Es handelt sich hier um ein Rode NT1A Kondensator-Mikrofon, also ein Großmembran-Mikrofon. Aber das hat leider nichts zu bedeuten, außer dass es in diesem Fall wirklich einfach nur kopfüber hängt, weil es vielleicht schick aussieht oder gerade in mein Set hier so reinpasst, in mein Studio. Und es manchmal einfach praktischer ist, wenn das Mikrofon einfach von oben runterkommt und man einfach ein bisschen mehr Freiheiten hat und das je nach Aufnahmesituation helfen kann. Es gibt allerdings tatsächlich wirklich einen Grund, warum man Mikrofone kopfüber hängen sollte. Aber das kommt auf die Mikrofon-Art an. Hierbei handelt es sich um ein Kondensator-Mikrofon und ein Röhren-Mikrofon wäre da schon etwas anders. Ein Röhren-Mikrofon ist in der Regel so von der Konstruktion her gebaut, dass es doch schon ein bisschen mehr Wärme abgibt. Und wenn es mehr Wärme abgibt, passiert natürlich Folgendes. Physikalisch gesehen wissen wir alle, warme Luft steigt nach oben. Und wenn wir jetzt ein Mikrofon hier hängen haben, was so kopfüber hängt, dann hätten wir im Prinzip den Vorteil, dass die warme Luft, die hier entsteht bei diesem Mikrofon, direkt nach oben abziehen kann und gar nicht erst unten an der Kapsel irgendwie vorbei muss. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich das Mikrofon normal aufstellen würde, also mit der Kapsel nach oben und die Wärme würde von unten hochkommen, würde die warme Luft an der Kapsel vorbeiziehen. Und das könnte unter Umständen die Aufnahme beeinträchtigen. Es gibt Leute, die das fest behaupten. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Ich will es nicht abstreiten. Mir persönlich ist es noch nicht wirklich aufgefallen. Aber man kann da bestimmt auch irgendwas messtechnisch herausfinden. Das ist allerdings der einzige Grund, warum man das machen sollte. Allerdings wirklich nur bei Röhre-Mikrofonen, um irgendwie auf Nummer sicher zu gehen oder fürs Gefühl. Ansonsten ist sowas eher so ein bisschen fürs Mindset oder wie es halt gerade ins Setup reinpasst. Also von daher nichts Wildes und auch keine Hexerei, dass so ein Ding mal kopfüber hängt. Wie gesagt, ich lasse es so. Ich finde es irgendwie cool. Aber eine wirkliche Funktion hat es in meinem Fall jedenfalls nicht. Aber...